Mein Name ist Lena Gößling, geboren bin ich in Bielefeld. Meine Lieblingsposition ist das defensive Mittelfeld und am liebsten Essen tue ich italienisch. Meine größten Erfolge waren ganz klar die drei Titel mit dem VfL Wolfsburg dieses Jahr und die Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft. Was war geiler? Champions League 2013 oder 2014? 2013 war geiler. 2013? 2013. Habt ihr danach gut gefeiert? Und wie. Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Owen, wir elas übersehen. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Owen, wir sie nicht machen. Oh, 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 oh... Das war eine Spinner. 1, 2, 3 1, 2, 3 Was soll der denn? Woanders Doch keinen Sinn Hallo, du machst eifrig Fotos, wie ist denn das Feiern mit den Fans? Geil, aber ist schon langweilig geworden, 16 Mal in Folge, oder? Langweilig? Nein, immer wieder was cool mit den Fans, coole Unterstützung, schön, dass alle wieder so zahlreich hier waren und ja, ich glaube, die freuen sich jetzt auch mal, den Pokal hier ganz nah zu haben, oder? Was sagst du zu der Serie? 5 Mal in Folge den Pokal gewonnen, hier wieder herrliche Kulisse, geil? Geil, einfach geil Bisschen feiern? Bisschen Sonntag Sonntag Deutscher Meister werden, von daher schaffen wir Worüber kannst du lachen, bis dir die Tränen kommen? Oft über meine Mitspielerinnen auch, wenn irgendwas Lustiges auf dem Trainingsgelände passiert. Und das ist gut gemacht, das ist klasse gemacht und das ist das 5 zu 2, Lena Gößling. Das ist gut gemacht, 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 das Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020